Aus sämtlichen Regionen des Landes machen sich heute rund 80.000 Menschen auf den Weg zu einer DGB-Kundgebung in Berlin. Du fährst einen der vielen bunten Sonderzüge, die von der Bahn heute zusammengewürfelt wurden. Ruste nun die Lok auf und öffne die Türen, weil auch N-Wagen im Zugverband sind, gilt für dich eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 140 Stundenkilometer. Gute Fahrt! Ja und damit, hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Train Simulator 2016. Heute mal auf der Strecke Berlin-Leipzig mit einem Szenario vom Lucky God. Das ist noch nicht erschienen, aber das durfte ich mal testen. Ach, die Batterie ist nicht an. So. Dann starten wir doch einmal den Luftpresser. Wie weit ist die Luftpresser? Ah, so gut wie fertig. Das ist richtig. So, der ist fertig. Ah, der FDL. Lokführer, hauer zu Trümmer 14422, hört. Die Fahrdienstleitung, grüß dich. Sei grüßt. So, du erhältst in etwa zwei Minuten Streckenfreigabe. Ich lasse den ICD Richtung Berlin noch schnell durch. Auf dem Nebenkreis. Und dann erhältst du Streckenfreigabe. Wie schaut es denn aus auf dem Bahnsteig? Ja, es wird langsam. Es wird zumindest ein bisschen ruhiger inzwischen. Ich denke mal zwei Minuten, drei Minuten. Das auch hin. Alles klar. Dann wünsche ich dir eine gute Fahrt. Ja, danke. Tschö. Tschö. Ja. Wie viel Uhr haben wir denn? Ist das eigentlich richtig? Ah, ist sogar richtig. Also so ungefähr. So, zwei Minuten. Die Türen habe ich mittlerweile auch mal aufgemacht. Wir halten noch in Bitterfeld und in Lutherstadt-Wittenberg. Das Szenario ist in zwei Teile aufgeteilt. Ja, mal kurz was zum Szenario. Ist ein Streikzug. Also die DGB streikt in Berlin. Und dann wird ja immer zu... Wird ja immer aufgerufen, dass man da hinkommen soll. Und in manchen Fällen stellt die DB dann halt auch Züge. Und ja, wir fahren jetzt halt ein Sonderzug, ein Streikzug nach Berlin. So, der Streik ist vorbei. Anscheinend. So, dann heben wir jetzt auch mal den Stromabnehmer. Der ist ja richtig angelegt. Ja. Dann den Hauptschalter rein. So, LZB ist auch alles an. Der ICE fährt aus. Wollen wir da mal gucken, ob alle Türen auch wirklich zu sind. Ja. So, du wolltest den ICE noch durchlassen. Dann sollten wir auch Streckenfreigabe erhalten. Wollen wir doch mal uns so einen Screenshot machen. Und einmal so. da hinten fährt noch eine S-Bahn ein. Ja, ich lasse mich überraschen. Wie gesagt, ist ein Zweiteiler. Ich werde das nicht mehr in einem Video. Also, ich habe mir jetzt was überlegt. Wenn ich so mehrere Teile von einem Szenario habe, dann lade ich das nicht mehr als ein Video hoch. Sondern teile das in zwei auf. Das ist dann eins von zwei und zwei von zwei zum Beispiel. Und die lade ich dann aber separat hoch. Das heißt, ich lade die zwar beide am gleichen Tag hoch, aber so ungefähr eine Stunde versetzt. Das heißt, sagen wir, Teil A kommt 20 Uhr, dann kommt Teil B um 21 Uhr. So, wir haben Ausfahrt. Dann wollen wir doch mal Leistung aufschalten. Die Handbremse ist draußen. So. So. Ah, jetzt haben wir auch Grün. Gut. Dann wollen wir doch mal aus Leipzig ausfahren. Mit 40. Die Sifa betätigen. Ich muss sagen, ich mag vor allem das Berlin-Leipzig-Wetter. Alleine der Himmel sieht schon grandios aus. Ich musste leider, was die Qualität angeht, ein bisschen runtergehen. Zumindestens hier in Berlin. Ich hoffe, dass ich die im zweiten Teil nochmal ein bisschen höher stellen kann. So. So, wieder die Sifa quittieren. Dann geht es hier gerade aus. Jetzt sind wir gleich bei 40. Aber ich muss sagen, ich finde es auch gut, wie Leipzig hier ausgestaltet ist, was die Menge an Fahrzeugen angeht. Ich muss das mal vielleicht nochmal erwähnen. Das Szenario ist von Lucky God. Also ist hier doch schon einiges zu erwarten. FDL-Sagen sind dabei, haben wir gehört. Ich denke mal nicht, dass es Zugbegleiteransagen gibt, weil bei einer grölenden Streikmenge wird man wahrscheinlich eh kein Wort verstehen. So. Gut. Uh, da fährt die Straßenbahn. Das finde ich schön. So, ab hier gilt 80. Dann schalten wir doch ein bisschen Leistung auf. Sagen wir mal. Hm. War eh grünes Vorsignal, hätte ich gar nicht bestätigen müssen. So, aber das heißt, wir dürfen gleich 120 fahren. Wie, wir haben ja in der Anweisung gelernt. Für uns gilt 140. Das war mir einigermaßen klar, weil wir haben N-Wagen. Konnte man in den Screenshots schon im, äh, Weltsimforum sehen, dass da N-Wagen drin sind. Und, ja. So. Ab da vorne gilt jetzt gleich vermutlich 100, genau, ab hier gilt 120. 20. So. Dann wollen wir mal aufschalten. Nach Bitterfeld müssen wir jetzt erstmal. Ich hab ja auch die LZB an, das ist, ähm, ja, die Strecke hat ja eine LZB-Signalisierung. Ist ja eh ab 160 kmh Pflicht. Weil die PCB geht ja nur bis 160 kmh. So. So. Uh, da fährt eine 151 ein. Mit einem Güterzug. Ich muss auch generell sagen, ich mag die Szenarien vom Lucky God. Weil die sind, da ist immer wieder was Neues dabei. So, und jetzt dürfen wir auch gleich in die LZB aufgenommen werden. Das Kabel liegt ja schon. Und da sind wir. Hier dürfen wir schon 160. Wir bleiben aber natürlich bei den erlaubten 140. So, das hier müsste Leipzig Messe sein, wenn ich mich nicht irre. Ja, Leipzig Messe. So. Trotzdem noch ein bisschen Leistung aufschalten. Und da ist ein alter Anschluss. Okay. Sollen wir da anhalten? Na, da kommt doch 160. gut. Die 140 im Auge behalten. Aber ich muss sagen, ich finde das so ganz cool hier mit diesem Streikzug. Das finde ich mal eine interessante Idee. Und ich finde auch immer, ähm, diese ganzen Streikzüge sind ja auch wirklich bunt gemischt. Alleine hier ist eine 103 davor. Und ich glaube, die war sogar in der Realität davor. Ich habe da irgendwann mal Bilder von der, von einem Streikzug mit einer 103 gesehen. Auch vom Weg von Berlin, äh, von Leipzig nach Berlin. Und ich glaube, die ist eine andere Seite. Und ich glaube, das ist ein bisschen Und ich glaube, das ist ein bisschen sehr, 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 sehr gut. Und ich glaube, das ist ein bisschen Ich würde jetzt noch mal darüber reden, Gehen wir mal hoch bis auf Stufe 20. Wohl, komm, gehen wir auf Stufe 25, dann zieht die Lok auch ordentlich an. Ich dachte schon, ich hätte schon den Dampffall gehabt, weil das da vorne so leer aussah. Aber zum Glück nicht. Einmal den Hauptschalter aus und jetzt so rollen lassen. So. Und ab hier darf er wieder hoch. Das war jetzt gerade eine Schutzstrecke. Da muss einmal der Hauptschalter ausgeschaltet werden. So, und jetzt können wir auch wieder auf 140 beschleunigen. Ich will mir den Zug auch einmal von außen angucken. Stellen wir uns mal hier hin. So. Gut, weiter mit 140. Ja. Darfst du mich gerne vorwarnen, LZB. Jetzt dürft ihr die gleich mit der Bremskurve einsetzen. Aber ist ja für mich uninteressant, weil der auf 160 runter geht und ich eh nur 140 fahre. Komm, schalten wir mal die volle Leistung auf. Ich habe mir noch einen Kaffee gemacht, davon trinke ich jetzt auch mal einen Schluck. Da. Ja, die LZB bewegt sich. So, ab hier vorne sind dann jetzt 160. Ja. Ja. So. So. Gut. Durchfahrt in, ich glaube, Delic, unser Bahnhof. Ja. Genau. Und wir gehen mal runter mit der Power. Uh, abgestellt. Ah ja, hier ist, glaube ich, ist hier nicht das Gelände von... Ja, irgendeine Firma ist hier. Und da steht auch der, äh, Lirex. Uh. Eine ICE-2-Rangier-Einheit. Ja, aktuell steht hier auf dem Gelände der Lirex. Das war so ein Prototyp, die Baureihe 618. Ich glaube, das ist die Main-Tal oder irgendwie sowas. Oder Rail-Main oder Main-Wail, irgendwie sowas. So, jetzt fängt es auch noch an zu fieseln. So, Leistung hoch. U-100. In 7,4 Kilometern. Ach, natürlich scheinen wir hier anlassen. Wo ist ein Bitterfeld? Ah, da ist Bitterfeld. Ah, da kommt mir die CFL entgegen. Hier kommt euch eigentlich eine DB 185 entgegen. Aber, ähm, leider war das Update-Paket zur Zeit, wo ich die Aufgabe nochmal installiert habe, nicht verfügbar. Ähm, nicht wegen dem guten Matthias, sondern wegen, ähm, Clubbox. Und, äh, ja. Deswegen muss ich das kurzerhand austauschen. Sifa. Ist soweit in Ordnung. Ja. Ich mach mal hier die... Ach ja, das ging ja in der 103 gar nicht. Das fand ich schade noch. Aber die ist ja auch jetzt schon etwas älter, die 103 von VR. So. Petersroda, genau. Da kommt anscheinend doch eine Ansage wegen Bitterfeld. So. Ankündigung. Einmal die Leistung runternehmen. Und ersetzen mit der Bremskurve ein. So. So. Was willst du denn von mir? Wir sind doch im LZB-Bereich. So. 120. Und jetzt gehe ich runter auf 100. Jetzt gleich. Und schon sind wir bei 100. So. Und 100. 100. 100. Und jetzt gehen wir mit dem LZB-Bereich. So. Rüber geht's. Oh, haben wir ein Stopping-Point. Ah ne. Das S war nur von dem Punkt, wo die Ansage jetzt gleich eingespielt wird. Wie lang ist unser Zug eigentlich? Okay, der ist schon. Ja, wir fahren mal bis zum Bahnsteigende. So. Die warten wohl alle auf den DGB-Zug. Hallo. Bitte ein bisschen zurücktreten. Ah. Was ist jetzt? Hallo? Okay. Einen Moment. Müssen wir die Fahrgäste halt hier einsteigen lassen? DGB-Kundgebung Berlin. 6.56. Sonderzug. Berlin Hauptbahnhof. Ich habe da schon so eine Vermutung. Uh. Uh. So. Okay. Okay. Gut, haben wir halt hier jetzt gehalten. Ist ein bisschen suboptimal. Türen zu. Dann wollen wir abfahren. Dann müssen wir jetzt erstmal Sand streuen. Wegen dem Regen sind natürlich die Gleise rutschig geworden. Za. 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 Wir hätten eh nicht ganz reingepasst. Äh. Wir hätten übers... Kurz vorm Signal zum Stehen kommen müssen. Dann wären zumindest die meisten Wagen drin gewesen. Egal. Wollte halt nicht klappen. Und jetzt haben wir nach Lutterstadt-Wittenberg. Und jetzt haben wir nach Lutterstadt-Wittenberg. Noch 36 Kilometer. Bei knapp 100... Sind das 20 Minuten. 20, 30 Minuten. Ne. Sagen wir... Sagen wir, das sind 30. Und bin ich bei 120, 2 Kilometer in der Minute. Und wären das 15. Dann sind das jetzt, sagen wir mal, 17 Minuten. Ja, 15 Minuten. Da war ein bisschen schneller fahren, ne? Als 120. Also wenn ich jetzt mein Handy hier liegen hätte, hätte ich das auch ausrechnen können. Das sind ja schließlich, ähm... Sechsen... Ah... Sagen wir, das sind... 35 Kilometer. Dann sind das 35 Kilometer. Äh... Geteilt durch die 140 Stundenkilometer. Also geteilt durch 140. Mal 60. Weil durch dieses Geteilt durch 140 kommen wir ja auf die... Kommen wir auf eine Zahl damit irgendwie 0, Und mal 60 müsste dann die... Minuten sein. Wenn ich grad nicht irgendwie einen... Dreher drin hab. Ich hab ja auch leider kein Taschenrechner am Schreibtisch. Ich hab ja auch leider kein Taschenrechner am Schreibtisch. Aber der Fahrplan ist... Ganz schön. Muss ich sagen. Okay, wir sollen in 16 Minuten ankommen. Das hätte mir auch einen Hinweis darauf geben... Seien können. Hätte. Hätte sein sollen. Hätte. Hätte. ZA. Gut. Sifa. Dann gehen wir jetzt mal auf Maximalstufe 20. Gehen wir ein bisschen... So. Ich gehe jetzt einfach mal nur stückchenweise hoch. So. So. Im nächsten Bahnhof können wir dann mal eine Vorbeifahrt machen. So. Streckenkilometer 123 Ich glaube, dass Ja, der zählt von Berlin aus von Berlin aus Richtung Leipzig Das ist jetzt, glaube ich, auch mein erstes Let's Play auf Berlin-Leipzig, ne? Ich hatte da mal was mit dem André aufgenommen, aber das hatte ich ja nie hochgeladen weil das zu stark geruckelt hatte Aber ja So An sich müsste das Ganze ja natürlich ein Let's Test sein weil das Szenario ist noch nicht erschienen Und ich teste das jetzt gerade auch mal eben für ihn Für den guten Lucky God Aber, da das ein komplett fertiges Szenario ist mache ich das jetzt einfach als Let's Play So Hier geht's jetzt schön abschüssig erst mal runter Dann kommt mal wieder ein Bahnhof Uh, gleich kommt Radies Ne Gräfenhähnchen Und da kommt erstmal ein Güterzug RBH, oder? Ja, sieht mir nach Ja, RBH 151 An der Stelle gehen mal Grüße raus an Felix Du weißt Bescheid Der arbeitet nämlich bei der RBH Ja Ich kenne da auch Leute Junge Komm den Berg hoch Komm Ja, ja, ja Wenn so ein Zug erstmal rollt Dann rollt der Ne So, dann wollen wir mal in den Bahnhof vorfliegen Ich stelle uns mal hier hin Ich stelle uns mal in den Bahnhof vorfliegen Dann rollt der So Warum wurden wir denn jetzt gerade so in den Sitz gepresst? Ach, Radies Ah, noch 20 Ja, ist doch nicht mehr so lange Die Hälfte haben wir hinter uns Für alle, die nicht wissen, was der DGB ist Das ist, meine ich, der Deutsche Gewerkschaftsbund Das ist so der Der Ober Die Obergewerkschaft, sag ich mal So der Dachverband Darunter kommt dann die IG Metall und all sowas Ich weiß gar nicht Wenn der DGB zum Streik aufruft Streiken dann alle? Oder hat dann jeder das Recht zum Streiken? Also jeder hat das Recht zu streiken, ja Aber Auch dann alle Berufsgruppen gleichzeitig? Das wäre doch ein Chaos Oh, ein Intercity Schön mit einer TTB-101 So Okay Lokführer, Zugnummer 14422 Die Fahrdienstleitung, grüß dich In Wittenberg Hast du Aufenthalt Dann lasse ich 2380 an dir vorbei Weiterfahrt Folgt zugegen 37 Lokführer, Zugnummer 14422 Verstanden Aufenthalt und Überholung in Wittenberg Danke Ja, Aufenthalt und Holen sie Fahrgäste Okay Dann geht's da so um 7.30 Uhr weiter Wie er gesagt hat Das passt Ja Ach, 160 Er kündigt mir 160 an Für in knapp 10 Kilometern Achso, ja Wegen Wittenberg natürlich Das heißt, wir sind ja schon knapp wieder am Zielort Also noch nicht ganz am Zielort Weil Teil 2 nehme ich Ähm Später auf Also eigentlich Direkt im Anschluss Nur halt mit einer kurzen Pause Und Ja, aber dann sind wir zumindest für den ersten Teil angekommen Also so gut wie wir haben ja noch knapp 9 Kilometer vor uns 11 11 Kilometer Aber die schaffen wir jetzt auch locker Ups Das hätte nicht passieren dürfen Immer erst die Leistung abschalten Und erst dann bremsen So Uh, eine Class 66 Uiuiui Hier kommt uns ja einiges entgegen Und Klack Kommt nochmal ein bisschen Leistung Gleich kommt ja eh erstmal nur die 160 Ankündigung Und schon sind es Schon weniger als 4 Kilometer Bis zum Signal Und dann nochmal Zwei Drei Drei Kilometer Bis Lutherstadt Wittenberg Ich muss sagen Auch der KI-Verkehr Den fand ich jetzt ganz gut War realistisch War auf jeden Fall abwechslungsreich So Jetzt geht er runter auf 160 Und dann dürfte auch schon die Ankündigung auf Ich weiß nicht Vielleicht 100 Folgen Ich weiß nicht Okay, da kommt eine Ankündigung für ein Haltzeigendes Signal. Da kommt Lutherstadt-Wittenberg. Das lohnt sich jetzt auch nicht, noch mal großartig auf 140 zu beschleunigen. Aber vielleicht noch mal auf 120. Wobei die Gleise sind so rutschig. So, jetzt hier schön über die Brücke. Ah, Trennschütze hängt fest. Das passt doch perfekt, dass wir jetzt in Lutherstadt einfahren. Komm, das schaffen wir noch. Wenn der Zug rollt, dann rollt der Zug. So. Ja, melde dich doch. Wir sind eh in der LZB. Was soll ich machen? Willst du bestätigt werden? Nein, eigentlich nicht. Nimmt der hier wieder Geschwindigkeit? Uff, das wäre ja interessant. Ja, tut er. So. So. Dieses Mal wollen wir aber am Ende des Bahnsteiges zum Stehen kommen. So. Und wir wollen natürlich auch unter der Bremskurve bleiben. So, jetzt kommen wir mal zum Stehen. Das ist jetzt nicht ganz so gut. Trennschützen-Funktion wieder hergestellt. Das heißt, wir müssen jetzt gleich noch vorziehen. Kommt man denn mit dem Zug überhaupt? Es sind knapp zwei Wagenlängen. Weiter geht es im zweiten Teil der Aufgabe. Beste Grüße, Lucky Gott. Ja, und damit würde ich sagen, wir sehen uns wieder im zweiten Teil. Ja, bis dahin und Bye, Bye. Bye.